Joß gerne Freunde, Hedgecon zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Gestern haben wir im Stream von ein paar von euch das 92 Plus Prime oder Moments Pack geöffnet. In Anführungsstrichen nur 15 Packs, weil für viele war es zu teuer. 1,35 Millionen kostet die SPC. Ich werde dieses Pack auch im nächsten oder übernächsten Pack öffnen. Ich muss halt noch ein bisschen Futter ercraften. Einen habe ich schon fertig gemacht, eine SPC. Die anderen werde ich noch fertig machen. Ob es sich lohnt, könnt ihr gleich in einem Video sehen. Wir haben 15 Stück davon aufgemacht. Wie immer eigentlich so ein Pack. Sehr viel Potenzial, aber auch sehr viel Gamble. Es kann sehr krass nach hinten losgehen und können ein Abstoß-Icon ziehen oder was krasses. Wie gut die Packrate war, kann man auch nicht so 100% sagen. Wir haben nur 15 Stück geöffnet. Aber wir werden wahrscheinlich, ich bin ja Bock gehabt, noch die kommenden Tage, ein paar davon noch weiter öffnen. Nicht viele werden diese machen. 1,35 Millionen ist wirklich sehr, sehr viel Coins oder sehr, sehr viel Futter. Wer Bock drauf hat, kann ja sich die Tage bei mir dann nochmal melden. Und dann möchte ich sagen, viel Spaß im Video. Lass gerne einen Daumen nach unten und wir sehen uns heute im Stream dann wieder. Bis dann. Okay, Giorgio, der verrückte Hund hat das gemacht. Hast du alles gekauft oder hast du? Hast du alles gekauft? Ja, alles ist in der MAP reingegangen. Hä? Digga, warum hast du das gemacht, Digga, du verrückter? Okay, aber ich hoffe, es lohnt sich dann, ey. Wahnsinn. Ja, wenn du ready bist, können wir rein. Ich drücke dir dick die Daumen. Ja, danke, danke. Mein erstes Pack heute im Stream. Please. Please. Ne, was ist das? Nein. Oh, Optimus wie Kälme. Ach, du Kacke. Junge, ich dachte am Anfang, ich weiß nicht, wenn ich dachte bei der... Ist Maradona noch Ziba? Der ist nicht Ziba mehr, ne? Nee, der ist nicht Ziba. Ich sag mal so, könnte viel schlimmer sein. Ich hab einen gespielten Glade, der ist halt nicht Meter, muss man sagen. Überhaupt nicht Meter. Aber das Schlechteste auch nicht. Aber man muss trotzdem natürlich sagen, das ist kein Big Win. Aber hätte noch viel, viel schlimmer sein können. Aber ja. Okay, alles gut. Mach dann auf, ne? Viel Glück, mein Freund. Ich drück dir die Daumen. Moments und hoffentlich was richtig Geiles, man. Bitte, Alter. Ich hab bisher nur Scheiße gesungen. Das ganze FIFA-Jahr schon. Wer ist das? Vigo? Moments vielleicht? Nein. Ohhhh. Ohhhh. Nur der Prime, not even the Moments. Der hat so 1,3 Millionen. Ohhhh. Das tut weh. Nee, hier hatte ich MAP gemacht. Auch ein anderer Conte hatte ich gar nicht MAP gemacht, aber hatte ich sowieso kein Futter. Also von daher. Hatte vor 5,1 ein bisschen zu teuer geklaut. Ei, ei, ei. Ja, komm. Also wenn es jetzt eine gute Moments wird, dann bin ich ja zufrieden. Drück die Daumen. Hoffentlich irgendwas wirklich Hackworks Fieberes. Ja. Na komm. Na komm. Na komm Jungs. Scher uns das an. Ja. Ich bin gebrochen. Hatsi Moments. Ich bin so gebrochen. Hatsi Moments. Hatsi Moments. Was nicht? Was nicht. Also ein bisschen. Hatsi Moments. Ich drück die Daumen. Hoffentlich eine Moments. Hoffentlich was richtig geiles. Wenn du ready bist. Ja, können wir eigentlich rein. Viel Glück. Ja. 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 Oh. Nicht mal der Optimus. No. Oh. Was? EA. Come on. Duuude. 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 Mach doch nicht so. Alter. Oh mein Gott. Yay. Hat's gelohnt. Ich mach einfach wie du Bock hast. Macht auf Chat. Good luck my friend. Good fucking luck man. Jawoll. Come on. Give him. Give him. Was ist das? Der Piero wenigstens. Optimus der Piero man. Weiß nicht Chat. Weiß nicht. Optimus der Piero. Geht schlimmer. Ich glaube der ist 1,3 Millionen wert. Ist okay sogar oder Chat. 1,2 Millionen. 1 Million. Nur noch 1 Million. Ah. Ist glaube ich noch okay sogar. Richtig darum. Okay. Warte. Ah. Ich muss noch warten. Kann sein, dass es gleich abbricht. Sind wir drin? Ja. Dann viel Glück mein Freund. Jetzt komm rein. One. 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 Give him. Best. Optimus. Oh mein Gott. Ist der Optimus? Ja. Holy shit. Ah. Alter. Verpixet bis und geht nicht mehr. Aber. Alter. George West Optimus Prime ist sogar glaube ich der Erste der über den SPC Wert ist oder? Das ist schon nice. Guck mal ganz kurz. Danke. cool. 2 Millionen Digga. Ja. Okay. Ich hoffe da kommt was ey. Glück mein Freund. Okay wir gehen rein. Nein. Nein. Seedorf Optimus. Nein. Ich glaube das ist nicht gut oder Chad? Das ist safe oder? Ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht. Optimus Seedorf. Aber der sieht jetzt nicht unspielbar aus. 600. 700. 680. Uff. Uff. Okay. Komm Jungs. Wir brauchen nur Optimus. Und dann Brasilien. Wir gehen rein. Ich war genau. Martini will ich am meisten führen. Ja Optimus. Ja. Nein. Nein. Wer ist das? Oh mein Gott. Nein. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das tut weh. Warum Englern EA. Oh mein Gott. Das ist eigentlich dog shit. Das ist eigentlich. Nice. wenigstens Moments. Aber ist halt schon. 380k. Ja. Hoffentlich kommt da was geiles. Schon die Edam. Dome. Good fucking luck. Und. Ja. Wenn du ready bist. Geh mal rein. Geh rein. Chat. Nein. Es ist ein Prime ne. Eto. Aber immerhin. Es ist nur der Prime. Nicht der Optimus. Aber es ist Prime Eto. Das ist glaube ich besser als. 90% der Optimus Karten. It's not bad. Chat. Für sein Team ist es sogar gut. Genauso einer hat den gleich vorne gefehlt. So ein richtig krasser Stürmer. Und ich glaube das ist. Am Ende des Tages ist sogar ein. Ein Wind. Ich kann nicht. Denn Petrenko muss das machen. Alter geht rein Chat. Oha. Oha. Komm schon. Komm schon. Hey. Ronaldinho. No. Your crime Ronaldinho. Immerhin. Not bad Chat. Not bad Chat. Beste bis jetzt. Ey. Du führst. Wirklich? Ich hätte das nicht schlafen gehabt. Ich hätte das nicht. Zeig mal wieviel ist er wert. 4.7 million. Yeah. Big win. Wie hieß der eine? Ach der Prima. Also nochmal. Okay. Wir gucken uns das nochmal an den Clip. Leider kann man es nicht größer machen Chat. Ist kein Vollbild. Man kann es leider nicht Vollbild machen Chat. Man kann es nur suchen sich an den Comi mal was er gezogen hat. 2.9 plus Prime. Oder Eiken Moments. Oha. Reif Prime. Not bad man. Not bad. Wie geht bruder? Oha. Jungs ey. Ich hoffe man. Ich hoffe da kommt was geileses ey. Come on. Come on bruder. Ich drück dir die Daumen. Danke. Okay. Moment. Ist Roland? Ist Roland? Oha. What the fuck? Oh dude. Was? Oh no. Das quatsch. Oh no. Oh no shit. Fuck. Nooooo. Alright my friend. Good luck man. Good luck man. Gehen die Minis vom Abschluss jetzt. Ende für dich oder was? Ende. Das ist die letzte SPC. Ne also. Ich kann... Warum sagst du sowas Digger? Nicht mal den Optimus? Alles gut. Alles gut. Ich leg mich eh nicht auf. Minus 1.2 Millionen. Oho mein Gott. Das ist nicht der Ernst. Morgen noch Wein, ne? Okay. Ready bist mein Freund Skeps, da gehen wir rein. Nur ein weiteres 92 plus Wein oder Icon Moments Pack. Gut. Glück, mein Freund. Ich hoffe, du siehst was Gutes. Geht rein. Er geht rein, mein Freund. Er geht rein. Come on. Es ist Moment. Es ist Brasilien. Es ist Romel Carlos. Ey, das ist nice. Holy shit. Das ist echt nice. Roberto Carlos Optimus Prime. Wie viel ist er noch wert, mein Freund? Safe auf jeden Fall win. Da kann man nicht meckern, Jungs. Guck mal, was ist ne geile Karte. Kannst du auf der 6, auf der 8 spielen wahrscheinlich. Wie viel ist er wert, mein Freund? Kannst du mal gucken. 1.5 millioner auf der Xbox. Der ist auf jeden Fall in den Jungs. Geile Karte auf jeden Fall. Nicht schlecht. Also das Pack hat Potenzial. Ist halt viel gamble dabei, ne? Kann 100k-Spieler drin sein oder 200k-Spieler drin. Oder ein Robert-Carlos Optimus Prime.